Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zu RECK zu einer neuen Folge von Let's Play. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir, ähm, was machen wir denn jetzt? Haben wir die, ich hab die Fuchsmaske schon, ne? Ja, hab ich. Okay, dann holen wir uns als erstes mal... Holen wir uns? Nein, äh, dann machen wir als erstes mal die Maskenquest. Das heißt, wir müssen diese Fuchsmaske dem Wärter, äh, Kakariko geben. Kokariko, ja klar, Kokariko. Kakariko geben und dann bekommen wir, beziehungsweise können wir halt nächste Maske holen. Ich weiß gar nicht, welche ist denn das nochmal? Ähm, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Shit. Egal, wenn ich die Maske hab, dann weiß ich, glaub ich, wo ich sie hinbringen muss. Das heißt, wir rennen erst mal wieder auf die ganz andere Seite der Map. Und bis dahin dürfte auch wieder Tag gewesen sein. Oder Tag werden. Irgendwo haben wir hier doch noch ein Herzteil, wo wir... Ne, hab ich die beiden schon geholt? Ne, gar nicht, warte mal. Oh, stimmt. Alles gut. Oder war hier noch ne... Ich glaub, hier könnten wir auch ne Bombe legen, oder? War das hier nicht auch? Äh, ach Gottchen. Ich weiß so vieles nicht mehr. Au. Okay, nein, hier war keine Bombe. Okay. Hätte ja sein können. Äh, wir sind so langsam. So, verdammt. Langsam. Aber es wird wieder Tag. Moment, dann könnten wir eigentlich... Muss ich? Ne. Oder? Ich bin grad am überlegen, ob ich irgendwo in der Nähe... Ähm... Ein Dings... Äh, ne, 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 ne Wundererbse pflanzen muss. Ist da... Oh. Ähm... Aber ne, ne, ich glaub nicht. Oder? Ich bin der Meinung, nein. Kann mich auch irren. Ich hoffe aber nicht. So, da müssen wir später lang. Da geht's zum Zora-Reich. Das ist unsere... Unser nächster... Unser nächster... Halt, sag ich mal. Wo wir hin müssen. Werden wir der Story weiter folgen. Aber wir gehen erst mal... So langsam, wie wir auch sind... In... Äh... Nach Kakariko. So langsam. Ich bin grad noch mal am überlegen, ob wir vielleicht doch schon wieder ins Haus der Skotulas reingehen können. Wie viel haben wir noch mal? 14 oder so, ne? Ja, 14. Äh... Bringt uns das jetzt schon was? Ich hab keine Ahnung, ey. Keine... Keine Ahnung. Egal. Ach. Wird schon alles gehen... Gehen so, wie wir es machen. Ich weiß gar nicht, was wir da alles für Upgrades kriegen. Ich glaub, zwischendurch kriegen wir Geld. Dann bei... Ich schätz mal 25 kriegen wir das neue Börsen-Upgrade. Sag ich mal. Das Börsentaschen-Upgrade. Das heißt, 500 Rubine tragen. Ich glaub, 500 Rubine ist doch das Maximum hier, ne? Bei Ocarina of Time. Ich glaub, mehr kann man nicht haben. 500 Rubine... Ne, ne. 500 ist das Maximum. So, erstmal ausrüsten. Äh... Dorthin einfach mal. So. Hallo. Oh, denkst du wirklich, dass ich dich nicht erkenne? Hm, ähm... Hey. Ist das nicht deine Fuchsmaske? Oh, so hast du doch jetzt zur Zeit sehr angesagt. Mein Sohn ist ganz verrückt danach. Oh, wie wäre es, wenn... Ja, würdest du sie mir verkaufen? Äh, ja, klar. Mein Sohn wird sich sehr über die Maske freuen. Vielen Dank, mein Freund. Du hast die Maske für 10 Rubine bezahlen... Äh, bezahlen... Äh, was? Für die du 10 Rubine bezahlen musst, wird 15 weiterverkauft. Nice, wir haben Profit gemacht. Ja, jetzt müssen wir zum Maskenhändler seine 10 Rubine geben. Und dann kriegen wir die nächste Maske. Und mit der Maske können wir eigentlich erstmal... In den Korkiri-Wald. Ja, wir haben jetzt momentan erstmal ziemlich viel Side-Questing. Ziemlich viel Side-Quest müssen wir. Aber... Egal. Da muss man durch. Da muss man durch. Ach ja. Schön viel laufen, ne? Ich bin der Meinung, man kann E-Bona schon als Kind haben. Wollt ihr mich da, oder? Man kann E-Bona nicht als Kind haben. Mann, man kriegt als Kind nur das Lied von E-Bona, wodurch wir dann mit, ähm, als Erwachsener E-Bona bekommen können, ne? So, und... Rubine! Yeah! So, hier drin können wir auch nochmal ein paar Rubine holen, glaube ich. Wäre, glaube ich, ganz gut eigentlich. Wir haben nämlich recht wenig Rubine, ne? Ja, sogar ein Fünfer war dabei. Nice. Und? Noch ein Fünfer, okay. 70 Rubine, jetzt wird's langsam. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr. Ähm... Dim, dim, didididim. Didididim, didididididim. So. Maskenhändler. Hallo. Ah, das ist der Verkauf. Fantastisch. Dann zwei Minuten, meine zehn Rubine. Yeah, für die Puxmaske. Bezahlung erhalten. Willkommen im... Ja. Warum kann ich das denn nicht wegklicken, ey? So, wir wollen die Schädelmaske. Oh, warte mal. Hä, wo muss ich die denn abgeben? War das nicht die Maske, die ich... Ne, warte mal. Oder? Ne. Halt. Eine muss ich bei ihm abgeben. Eine bei dem... Eine da. Und wer kriegt jetzt nochmal die Schädelmaske? Hallo. Boah, kommst du gerade aus dem Pratzenwald? Oder musste ich die schon da ab... Ne, oder? Äh. Äh. Da ist es nicht mehr. Müssen jetzt jedenfalls erstmal wieder einen weiten, weiten Weg laufen. So ätzend, ey. Das ist so ätzend. Ach, ja, jetzt... Ah, okay. Ja. Ja, ja, jetzt weiß ich es wieder. Glaube ich. Hoffe ich. Hoffe ich. Und ich... Ja, ich guck dann mal, ob wir schon... Mit der jetzigen Ocarina, die wir haben... Zwei Herzteile holen können. Ich bin mir da nämlich nicht so sicher. Aber es könnte halt sein. Ich weiß es aber nicht mehr hundertprozentig. Das ist das Ding. Vielleicht geht das auch erst mit der Ocarina of Time, aber... Hm. Wir können es ja probieren. Probieren. Gehen überstudieren. Oder hatte ich das schon probiert? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, ne. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal in die verlorenen Bälder gehen. Denn dort können wir erstmal die Maske auch abgeben. Naja, stimmt. Maske abgeben und auch uns ein Herzteil holen. Beziehungsweise ein... Nicht kein Herzteil. Äh, ein Upgrade. Ein Upgrade holen, ja. Für, ich glaube, Dekostäbe oder Dekolüsse. Ich weiß es nicht genau. Und es ist auch übrigens wichtig, dass man die Quest hier, die Maskenquest abschließt, bevor man als erstes... Also bevor man beim... 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 Äh... Bevor man erwachsen geworden ist einmal. Ich glaube, dann gibt es hier einen Bug, dass du... Sachen... Äh, dass du das Upgrade, das letzte Dekonuss-Upgrade nicht mehr bekommst. So, müssen wir hier lang? Ja, ich glaube... Ja, okay. Hier... Gucken wir erstmal, ob wir hier... Mit dem... Typen... Schon spielen können. Es geht auch nur als Kind. Ja, es geht, okay. Äh, Salias Lied, glaube ich, ne? Äh, wie war Salias Lied denn nochmal? Äh... Salias Lied spielen? Ich glaube, Salias Lied. Da. Unten rechts hoch. Okay. Äh, unten rechts links. Okay. Du kennst Salias Lied? Äh, wir sollen Freunde werden. Nimm das. Okay, ja gut. Wir kriegen ein Herzteil von ihm. Okay, ähm... Ne, die Maske gebe ich jetzt noch nicht ab. Wie gesagt, das kann man auch nur als Kind machen. Als Erwachsener wird man von dem irgendwie angegriffen. Ein bisschen unlucky, würde ich sagen. So, war das hier? Ja, hier. Erstmal hier hin. Und hier... Okay. Äh, hier raufstellen. Hallo. Yes, okay, es geht. Stimme zu unserem Lied mit deiner Ocarina ein. Wir fangen an. Rechts, äh, runter. Rechts, äh, runter. Das müssen wir dreimal, glaube ich, machen. Rechts, äh... Runter, leh... Rechts, okay. Rechts, äh, runter, rechts. Rechts, äh, runter, rechts. Hoch, hoch. Okay. Rechts, äh, runter, rechts. Hoch. Rechts, äh, runter, rechts, hoch. Ja, 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 jetzt haben wir es das erste Mal geschafft. Als Beweis unserer Freundschaft. Geld. Ein Rubin, Alter. Ein verdammter Rubin. Nein! Habe ich da gedrückt? Ich habe ja gedrückt, okay. Gut. Wie gesagt, das müssen wir jetzt dreimal machen, ey. Ah, links, hoch. 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 Ah, rechts. Ah, links, hoch. Ah, rechts, hoch Yeah Links, hoch Ah, rechts, hoch Ah, links, hoch Ah, rechts, hoch Yeah Das hat Spaß gemacht, yeah Jetzt kriegen wir, glaube ich, 20 Rubin oder so, oder 5? 5, okay Ja, wir spielen nochmal mit dir, mit euch Ach Gottchen Nerviges Herzteil, Alter Ohne Witz Ist es ein Herzteil, ich glaube es ist ein Herzteil, ja Ah, links, rechts Ah, links, rechts Ah, links, rechts Ah, links, rechts Ah, runter Ah, links, rechts, runter Ah, links, rechts, runter Ah, links, rechts, runter Rechts, okay Ah, links, rechts, runter, rechts Ah, links, rechts, runter, rechts Und noch einmal Links, rechts, runter, rechts Links, okay Ah, links, rechts, runter, rechts, links Ah, links, rechts, runter, rechts, links Ah, links, rechts, runter, rechts, links Hoch, okay Ah, links, rechts, runter, rechts, links, hoch. Ah, links, rechts, runter, rechts, links, hoch. Nochmal. Links, rechts, runter, rechts, links, hoch, links. Ah, links, rechts, runter, rechts, links, hoch, links. Ah, links, rechts, runter, rechts, links, hoch, links. Wuhu! Das hat Spaß gemacht. Nimm dich als Beweis unserer Freundschaft. Herzteil! Noch ein Herzteil, Leute. Und dann haben wir einen neuen Herzcontainer. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Was, hier? Hier kamen wir hier hin. Äh, äh, wo waren die jetzt nochmal? Oh, scheiße. So, von links kamen wir. Hier kamen wir zum Horror-Kit, genau. Äh, hier lang? Äh, was gibt's denn hier nochmal? Oh, shit, ich weiß gar nicht. Oh. Aber gut, okay. Dann merke ich mir das auch. Dann müssen wir nochmal eine Wundererbse pflanzen. Das mach ich vielleicht auch screenen, damit wir das nicht... ... damit ihr das nicht miterleben müsst. So. Konnten wir hier rechts lang gehen? Nein. Okay. Das erkennt man's ganz gut, wenn da so ein Lichtstrahl ist, dann kann man da nicht durchgehen. Dann war's... Hier war's, glaube ich, oder? Hä? Oh, Leute, warte, ich bin zurückgelaufen. Wow, ich bin ein Held. Ich wohne doch hier links lang, Mensch. So. Äh, was ist denn hier rechts? Hier ist der normale Weg, ne? Ja. Oh, Gott. Da kommen wir auch nicht weiter. Warte. Okay, hier muss ich lang. Und hier war jetzt aber irgendwo das Deku. Die Dekus. Irgendwo... Hier waren die Dekus. Ich weiß noch nicht mehr, wo... Nein. Ich dachte, dann waren sie hier, oder? Waren sie hier? Ja. Oh. Zwar gibt's hier irgendwo ein Loch. Hier hinten irgendwo. Gab's nicht hier irgendwo ein Loch? Gab's doch irgendwo ein Loch. Ah, okay, gut. Oh Gott, oh Gott. So. Und hier müssen wir jetzt uns hinstellen. Nein. Und die Maske aufsetzen. Ja, jetzt feiern die uns übel. Weil wir so cool aussehen. Jetzt kommt der hier gleich raus und gibt uns ne Belohnung. Genau. Meine Brüder und ich... Oh. Zack. Jetzt können wir 20 Dekustäbe tragen. Es geht wie gesagt mit dieser Maske und mit noch irgendeiner Maske. Ich weiß nur nicht mehr mit welcher Maske. Ich glaub, das war die letzte Maske... Irgendeine... Ah, da können wir auch ein Dings... Ah. Okay, wir können hier zwei Wundererbsen pflanzen. Es gibt 10 Orte, glaub ich. Man kann 10 Wundererbsen kaufen bei dem Typen. Und es gibt auch 10 Orte, bei denen man Wundererbsen pflanzen muss. Und wo kam ich denn jetzt doch mal? Von da, ne? Ja, von da kam ich. Okay. Das heißt, wir müssen hier wieder zurück. Jetzt sind wir hier beim Zora-Reich. Genau. Äh, hier lang? Wir müssen jetzt halt nochmal zum Horror-Kit. Ja, Nami. Äh, Nami. Navi. Navi ist okay. So, und jetzt müssen wir die Maske nochmal aufsetzen beim Horror-Kit. Und dann... Ja. Will der die, glaub ich, haben, ne? Ja, Mann. Hey, Nami, du bist ein junger Kuri... Bist du nicht der junge Kuri? Eine coole Maske hast du. Ja, ja, klar. Kannst du haben. Für die 20 Euro gegeben. Oh, das ist... Oh. Das ist jetzt unfair. Ja, das Ding ist, ähm... Ja, einmal kriegen wir fünf Rubine, machen wir fünf Rubine gewinnen. Äh, ja, ich geh hier zurück, glaub ich. Oder macht's bei den Geronen mehr Sinn? Haben wir bei den Geronen noch was? Ja, wir haben noch... Wenn das Herzteil... Ah, ich geb's zu den Geronen. Wir haben das Herzteil nämlich noch nicht geholt, wo wir ne Bombe in die Dings reinschmeißen müssen. Ähm... Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich sagen, ne? Äh, Moment. Ach genau, es gibt einmal die Maske, wo wir fünf Rubine gewinnen machen. Einmal, wo wir zehn Rubine Verlust machen. Und einmal, wo wir kein Gewinn und kein Verlust machen. Und ich glaub, das war's dann schon. Wir brauchen Bomben. Die ich mir hier in dem Laden hoffentlich kaufen kann. Sonst wär ich nämlich ein bisschen am Arsch. Ja, kann ich. Okay. So, fünf Stück, zehn Stück, dreißig Stück, zwanzig Stück. Wir brauchen... Ja, komm. Holen wir uns mal zehn Stück. Warum denn geizen, ne? Warum denn geizen? Ist ja nicht... So, die Welt. So, dann gehen wir jetzt ein bisschen höher. Und der Part ist vorbei. Oh. Äh, ja, dann versuch ich jetzt einmal kurz... Noch hier... Das Herzteil zu holen. Ihr seht ja die drei Gesichter auf dem... Auf der, äh, Vase. Und wir müssen halt hoffen... Ja, toll. Wir müssen halt hoffen, dass es bei dem lachenden Gesicht stehen bleibt. Wenn ich denn treffen würde... Ach, du Kacke, ey. Oh, okay. Das könnte ein bisschen mehr Versuche brauchen, als eigentlich erwartet. Ja, jetzt ist es drin, oder? Ja, okay. Gut, mal sehen, ob wir Glück haben. Komm. Ja, lol. Beim ersten Versuch. Nice. Oh, schöne Sache, Leute. Sehr, sehr schöne Sache. So, erstmal 20 und 5 Rubine und das Herzteil. Sehr geil. Schöne Sache, Leute. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.